Hallo meine Lieben und Willkommen zur neuen Wochenbotschaft für die Woche vom 30. Oktober bis zum 5. November 2023. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei bist. Ich hoffe so wie immer ebenso auch, dass es dir richtig gut geht. Und genau, solltest du jetzt bei mir ganz ganz neu sein auf dem Kanal, dann begrüße ich auch dich ganz herzlich schön, dass du da bist. Herzlich willkommen! Ihr Lieben, so wie immer stelle ich euch erstmal die Kartendecks vor, die ich heute mitgebracht habe. Vor dir siehst du das Gilded Tarot Royale von Gero Machetti und der Text ist von Barbara Moore. So, dann bekommst du eine Hauptenergie von mir für die nächste Woche und zwar aus dem Cozy Witch Tarot Deck von Amanda Lovelace. Oder Lovelace, wie auch immer es ausgesprochen wird. So, dann verwende ich das Heavenly Buddies Strategy Deck. Auch mit dabei, das ist das Wisdom of the House of Night, Orakel, PCCast und Colin Barron Reed. So, und zu guter Letzt bekommst du noch eine Botschaft von mir für die kommende Woche aus dem Krafttier-Orakel von Jean Roland. Das hier ist noch die alte Auflage, das gibt es mittlerweile in einer neueren Auflage. Ich habe jetzt hier quasi noch die alte, ne? Okay, soviel dazu, ihr Lieben. Jetzt würde ich sagen, legen wir los mit der Wochenbotschaft für die kommende Woche. Denk bitte daran, dass das hier eine ganz, ganz allgemeine Legung ist. Nicht jeder von euch muss oder kann damit in Resonanz gehen, ja? Wenn du also zum Beispiel Ende der nächsten Woche merkst, okay, hier war jetzt die kleine Flieger. Wenn du also Ende der nächsten Woche merkst, okay, da war überhaupt nichts eingetroffen, es war nicht stimmig, dann lass bitte los und mach das Ganze nicht noch irgendwie passend, ja? Okay, so, ihr Lieben, nächste Woche, ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall die Energien der Sonnenfinsternis und der Mondfinsternis ganz gut überstanden. Aber das Ganze hat ja, oder vielleicht für einige, noch ebenfalls gewisse Nachwirkungen, ne? Das Ganze, diese, ja, diese Energien, die sind ja auch noch die nächsten Monate gültig, ja? Also wir können in der nächsten Zeit, in den nächsten Monaten ebenfalls wirklich mit richtig krassen Wandlungen und Transformationen rechnen, ja? Okay, jetzt aber nun erstmal nächste Woche, schauen wir doch mal. Der 30. Oktober bis 5. November nächste Woche. Okay, was sagt das Tarot? Fünf Karten hätte ich dazu ganz gern, so wie immer. Was kommt nächste Woche? 30. Oktober bis 5. November nächste Woche. Nächste Woche, was kommt? Ich habe die Karte schon gesehen, ich kann euch sagen, es wird krass. Okay, so, es geht weiter nächste Woche. Weitere Botschaften bitte für die kommende Woche. Was kommt noch? Weitere Energien bitte für die kommende Woche. Weitere Botschaften bitte für die kommende Woche. Noch drei Karten für die nächste Woche. 30. Oktober bis 5. November nächste Woche. Was kommt noch? Was kommt noch? Nächste Woche. Die Energien der nächsten Woche. Eine Karte bitte noch. Noch eine Karte bitte für die kommende Woche. 30. Oktober bis 5. November nächste Woche. Was kommt noch? Okay. Oh, meine Güte, ihr Lieben. Also, drei Karten habe ich gesehen. Diese habe ich schon gesehen. Die und die. Es wird kraftvoll, kann ich euch auf jeden Fall schon mal sagen. Aber nur, weil ich die Karten schon gesehen habe, kann ich das Ganze trotzdem noch nicht so hundertprozentig unterordnen. Ist ja klar, ne? Weil ich brauche jetzt ebenfalls dann auch noch andere Karten dazu. So, ihr Lieben. Wie schon angekündigt, kommt jetzt die Hauptbotschaft, die Hauptenergie für die kommende Woche. Also, was? Ups. Ne, das sind jetzt mehrere Karten. Die nehme ich jetzt hier erst einmal zurück. Okay. Was ist in der nächsten Woche die Hauptenergie? Was ist die Hauptenergie der kommenden Woche? Was ist die Hauptbotschaft, das große Hauptthema der nächsten Woche? Im Kollektiv. Die Hauptenergie in der nächsten Woche. Was ist die Hauptenergie in der kommenden Woche? Was ist die Hauptenergie? Die Karten sind noch neu. Deswegen, die müssen sich erst einmal so ein kleines bisschen einspielen. Okay. So, die Hauptenergie, das große Hauptthema der nächsten Woche. Was ist die Hauptenergie? Okay, ich habe sie. So, alles klar. Damit fange ich jetzt auch an, ihr Lieben. Also, die Hauptenergie, die große Hauptüberschrift für die kommende Woche. Da haben wir folgendes. Okay, ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Weil der Turm ist auch hier. Das hier ist der Turm. Also, Hauptenergie nächste Woche ist auf jeden Fall der Turm. Es geht um Überraschungen. Es geht um unerwartete Ereignisse. Also, Befreiungsschläge in der nächsten Woche. Hammer. Also, mach dich hier bereit. Get ready. Also, mach dich bereit. Die Dinge sind dabei, sehr aufgeschüttelt zu werden, sozusagen. Also, hier wird auf jeden Fall einiges aufgeschüttelt werden. Es geht um drastische Veränderungen. Es geht, ja, um Befreiungsschläge. Etwas geht nicht mehr so weiter wie bisher, ja. Und es kann möglicherweise auch sein, dass etwas Unvorhofftes und etwas komplett Unerwartetes geschehen könnte für einige von euch in der nächsten Woche, ja. Es kann auch bedeuten, dass das Ganze auch schon begonnen hat für einige von euch. Und dass diese Energie quasi immer noch nächste Woche, ja, schon gewisse Wirkungen zeigt. Oder, ja, gewisse Wirkungen hat, sag ich mal, oder Auswirkungen, ne. Also, der Tor, Befreiungsschläge, etwas geht nicht mehr so weiter wie bisher, alles, was auf Sand gebaut wurde, zerbröselt, ja. Es geht ebenfalls aber auch darum, etwas zu erkennen, ne. Also, kann es auch bedeuten, ihr Lieben, dass etwas an die Oberfläche kommen möchte. Das kann zu tun haben mit Dingen, die lange Zeit eingesperrt wurden, die man vielleicht auch lange Zeit unterdrückt hat oder die ebenfalls aber auch lange Zeit im Unterbewusstsein gewesen sind, ja. Das hier ist eine klassische Marsenergie, ne. Also geht es hier auch ebenfalls um, ja, es sind intensive Energien, ja. So, die Karte drunter, die zählt natürlich auch dazu. Da haben wir für die kommende Woche, das ist der Bube der Münzen. Also, hier wird auf jeden Fall gesagt, wenn dir das Leben Zitronen gibt, dann geht es darum, wirklich Limonade draus zu machen, ja. Und das passt hier ganz gut, ebenfalls aber auch zum Turm. Also, wenn dir das Leben Zitronen gibt, dann mach das Beste daraus, dann mach Limonade draus, ne. Also, das heißt wirklich grob übersetzt, wenn du jetzt mit Herausforderungen konfrontiert wirst oder mit Dingen, die nicht unbedingt einfach sind, dann mach hier auf jeden Fall das Beste draus. Dann nutze diese Energien, um etwas Tolles herzustellen, um etwas Tolles ebenfalls aber auch zu kreieren. Des Weiteren, der Bube der Münzen steht auf jeden Fall natürlich für ein Beginn, ne. Es kann bedeuten, dass eine Chance auf dich zukommt, eine Möglichkeit, ein Angebot, möglicherweise im beruflichen Bereich oder finanziell gesehen, ne, wo du, ich hatte das Gefühl, für einige von euch ändert sich auf jeden Fall hier mit dem Turm etwas auch im beruflichen Bereich beziehungsweise die Art und Weise, wie du bisher vielleicht auch dein Geld verdient hast. Ja, da kann es wirklich sein, dass du dich von gewissen alten Strukturen befreist, die Art und Weise, wie du Geld verdient hast oder mit was du dich identifizierst, wie du deinen Wert erkannt hast ebenso auch, ne. Also ich habe das Gefühl, es geht hier ebenfalls aber auch um deine Werte, ja. Deine Werte, die jetzt hier umprogrammiert werden dürfen. Alte Glaubenssysteme funktionieren nicht mehr, ja. Und es geht auf jeden Fall darum, seinen Wert ebenfalls auch wieder zu erkennen, weil wir hatten ja jetzt die Mondfinsternis und die war im Stier, ne. Und bei Stiere, ja, bei Stier geht es ja sowohl um Wert, Anmut, Schönheit, deine Talente ebenso aber auch, ne. Und all diese Themen werden ja sozusagen nun wirklich freigesetzt. Oder umgewandert. Des Weiteren darfst du hier auf jeden Fall noch schauen mit dem Turm, woran du bisher wirklich festgehalten hast. Woran hältst du fest, was hier aber gehen möchte bzw. aber auch muss nun, ja. Okay. So, erstmal kriege ich dazu jetzt nichts weiteres rein. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt direkt weiter mit den Karten. Ähm, ich beginne mit der Karte, äh, jetzt hier unten drunter, ja. Ja, da haben wir für die nächste Woche die Vierterstäbe. Bei den Vierterstäben geht es auf jeden Fall natürlich darum, dass man, ja, es geht um die Familie, es geht um Begegnung mit anderen Menschen, deine wahre Sehnenfamilie vielleicht aber auch, ne. Es kann natürlich auch sein, dass du vielleicht privat jetzt dich von etwas oder jemandem vielleicht lösen musstest, weil es jetzt so sein sollte, weil etwas Besseres für dich vorgesehen ist, ja. Vierterstäbe, grundsätzlich Stabilität, Sicherheit, Erfüllung, Wohlstand, Frieden, Harmonie, ne. Das sind wirklich die Energien, die die Vierterstäbe repräsentieren. Und alles, was dem nicht widerspiegelt, was das nicht entspricht, das darf hier auf jeden Fall gehen, ja. Das ist das, was ich hier ganz, ganz klar wahrnehme. Ja, jetzt haben wir hier das Aster Schwert. Das kann auch bedeuten, dass bei einigen von euch innerhalb der Familie oder allgemein mit jemandem, mit dem du eventuell zusammen wohnst, dass hier gewisse Klärungen stattfinden, ja. Okay. So, jetzt geht's los mit den Karten, die rausgefallen sind. Ich habe ja gesagt, die erste Karte hier, das ist auch der Turm, ne. Ganz genau. Das, was ich jetzt sagen würde, würde sich jetzt quasi wiederholen. Also noch einmal. Befreiung von Strukturen. Etwas geht nicht mehr so weiter wie bisher. Etwas kommt möglicherweise ganz, ganz plötzlich. Etwas Unerwartetes. Erkenntnisse kommen, ja. Das spielt also nächste Woche hier auf jeden Fall eine Rolle. Krasse Veränderungen ebenso auch, ne. Okay. So, jetzt gucken wir uns diese Karte an. Die habe ich, die habe ich nicht gesehen, ausnahmsweise. Da haben wir, oh wow. Okay. Drei der Schwerter. Ja. Das kann bedeuten, dass du deine Gedanken umändern darfst. Und hier nach oben an die Oberfläche. Was hier Kummer auslösen kann. Was mit Kummer und Herzschmerz auf jeden Fall zu tun hat. Ja. Wir schauen jetzt direkt weiter. Was haben wir hier? Die zwei der Münzen. Bei den zwei der Münzen geht es um das Hin und Her. Ein Auf und Ab. Es ist eine relativ instabile Energie. Es ist eine Situation, die einfach bisher scheinbar, ich will nicht sagen, die kein Ende genommen hat. Das will ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich meine, ja, das vielleicht auch. Aber es ist auf jeden Fall eine Situation, die recht instabil gewesen ist. Die Auf und Ab ging. Wo es einfach nur immer nur ein Hin und Her gegeben hat. Ja. Mal läuft es gut, dann läuft es wieder schlecht. Dann ist erst er wieder da. Zum Beispiel dein Gegenüber. Und dann ist er wieder weg. Und hier, gespiegelt auf den Turm. Da geht es auf jeden Fall darum, sich von so etwas auf jeden Fall zu lösen. Ja. Und seinen Fokus auf etwas anderes zu richten. Weil, für mich persönlich, die zweite Münzen steht auch für einen Richtungswechsel. Und für Veränderungen. Ja. Also hier geschehen auf jeden Fall Veränderungen. Hier darfst du schauen und dich von allem befreien, was dich, was wehtut. Wo, ja, wo du einfach leidest, sage ich ganz einfach mal. Ne. Es kann durchaus sein, dass du bisher immer und immer wieder Entscheidungen getroffen hast, die dir einfach nicht gut tun. Und davon darf sich jetzt hier ebenfalls aber auch gelöst werden. Ja. Grundsätzlich, die sieben, sage ich schon, die zwei der Münzen stehen auf jeden Fall für, ja, für Instabilität. Ja, Instabilität etwas, naja, man muss ja auf jeden Fall schon Balance halten, sage ich ganz einfach mal. Und deswegen kann es durchaus sein, dass du, naja, so ein bisschen den Boden unter den Füßen verlieren könntest. Eventuell auch, weil du eventuell wirklich zu viel zu tun hast, ne. Weil die zwei der Münzen ist auch immer so ein Hinweis auf, ja, erfolgreiches Multitasking. Man hat sehr, sehr viel zu tun, ne. Und deswegen hier, man darf sich hier ebenfalls von Dingen befreien, die einfach einem nicht weiterbringen, sage ich ganz einfach mal. Ja, gewisse Stimmungsschwankungen können ja ebenfalls eine Rolle spielen, ne, weil das ist eine schwankende Energie. Wir haben hier Wasser und daneben haben wir, ja, den Herzschmerz, sage ich ganz einfach mal, ne. Okay, es geht weiter. Ich habe diese Karte schon gesehen, also es gibt keinen Grund, die habe ich auch schon gesehen, es gibt jetzt keinen Grund, um den Kopf in den Sand zu stecken, ihr Lieben. Keine Sorge, ne. Weil jetzt kommt die Königin der Kelche, es geht ja auf jeden Fall um die Gefühle. Hier wird noch einmal etwas gefühlt, was auf jeden Fall wehtut, ne. Königin der Kelche, gespiegelt auf drei der Schwerter. Hier gibt es auf jeden Fall etwas, was wehtut. Herzschmerz, Kummer, ne, und das darf, davon darf sich jetzt hier gelöst werden. Ja, oder generell eine Situation, die der dauerhaft irgendwie Kummer bereitet hat, das darf hier ebenfalls aber auch zu Ende gehen, ja. Das kann zum Beispiel im beruflichen Bereich sein, das kann bei dir im familiären Bereich sein oder vielleicht auch im zwischenmenschlichen Bereich, ne. Auf jeden Fall sehen wir hier, ja, zum einen Stimmungsschwankungen. Für einige von euch wird es Zeit, eine neue Richtung einzuschlagen, ganz eindeutig. Kummer zeigt sich. Wir gehen direkt weiter. Die Karte, das wird dich freuen, das ist die Welt. Die Welt steht für einen Abschluss. Die Welt steht wirklich dafür, dass etwas zu Ende geht, ja. Also ich hatte das Gefühl, gerade die Welt jetzt hier gespiegelt auf zweiter Münzen und auf Turm bedeutet das Ende eines Hin und Hers. Das Ende einer On-Off-Geschichte. Schluss mit Schwanken, Schluss mit gewissen Unsicherheiten, Schluss mit Gefühlsschwankungen, Schluss mit, ja, Entscheidungslosigkeit vielleicht auch so ein kleines bisschen, ja. Also hier geht es wirklich für viele von euch jetzt darum, dass ihr euch nun in dorthin begeht, wo ihr sozusagen hingehört. Weil die Welt, das ist auch immer so die Energie von Ankommen. Man kommt dort an, wo man wahrhaft hingehört, ja. Und in diese Richtung wird es ebenfalls für dich gehen. Und diesbezüglich ist es wichtig, dass du hier auf dein Gefühl hörst, ja. Und nicht länger Entscheidungen triffst, die dich, ja, die dich verletzen, ja. Weil wenn man immer und immer wieder das, in Anführungszeichen, das Falsche tut oder Dinge tut, die einem, die überhaupt nicht stimmig sind, dann sorgt das ebenfalls auch für Kummer, ja. Und das ist das, was man hier ebenfalls aber auch sehen kann. Also nächste Woche, ihr Lieben. Es kommt zu Befreiungsschlägen. Es kommt zu Beendigungen. Ein Zyklus geht hier auf jeden Fall zu Ende. Du steuerst ebenfalls aber auch auf eine Beendigung zu, sozusagen. Du guckst in Richtung Abschluss. Weil ich sehe dich jetzt hier in der Energie, ne. Egal, ob du jetzt Mann oder Frau bist. Und du schaust in Richtung Vollendung, Vervollständigung. Es kann auch bedeuten, dass eine Feierlichkeit ansteht oder beziehungsweise, dass es auf jeden Fall Grund zum Feiern für dich geben wird. Weil du hier ein Kapitel deines Lebens loslässt. Weil du eine Situation überwindest, die sehr, sehr düster gewesen ist. Die sehr chaotisch gewesen ist. Die, die dir Kummer gebracht hat, ja. Davon drehst du dich hier weg und begibst dich in Richtung, ja, da wo du eben hingehörst. Da wo du, da wo du wirklich, ja, dich wie zu Hause fühlst, kann man sagen, ja. Wow, also ihr Lieben, das sind ganz, 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 ganz spannende Energien, ne. Ja, es kann durchaus sein, dass die nächste Woche hier mit dem Parsch und der Münzen noch einmal, ja, so richtig schöne Zitronen gegeben werden. Aber hier sehe ich, dass du die Kraft auf jeden Fall besitzt, um daraus wirklich eine tolle Limonade zu machen, ja. Es geht ebenfalls aber auch um deine Talente, deine Fähigkeiten, die hier auf jeden Fall immer mehr gelebt werden dürfen. Weil ich habe dir gesagt, wir hatten jetzt auch die Mondfinsternis im Stier. Und Stierenergie, da geht es auch um deine Talente, ja. Diese ebenfalls aber auch nun immer und immer mehr zum Vorschein kommen, das zum einen. Aber die dürfen ebenfalls aber auch gelebt werden. Und die Welt ist ja auch irgendwo natürlich die Öffentlichkeit. Es ist das Internet oder beziehungsweise kann jetzt auch das Internet sein. Na, so kann es ja durchaus sein, dass du dir hier etwas aufbaust über Social Media. Eine Situation, die sich oftmals wirklich wiederholt hat, die scheinbar kein Ende genommen hat, wird ab der nächsten Woche ein Ende finden, ja. Richtig heftig krasse Energien, ihr Lieben. Okay, es geht weiter mit dem nächsten Deck. Ich habe übrigens alle Kartendecks am Anfang vorgestellt, solltest du das jetzt nicht gesehen haben, ne. Und ich spüre, es geht auf jeden Fall darum, sich in gewisser Weise auf das Neue oder auf die Veränderungen irgendwo natürlich einzulassen und sich diesbezüglich anzupassen auch, ne. Weil das einzig Konstante im Leben, das ist die Veränderung, ja. An einigen von euch ergeht ein Weckruf, habe ich auch das Gefühl. Es ist Zeit, etwas zu beenden, gewisse Routinen sein zu lassen, die dich in gewisser Weise unsicher fühlen lassen. Okay, es geht weiter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die ganzen letzten Wochen, oder die letzten zwei Wochen, sagen wir es mal so, oder drei Wochen von mir aus auch, diese ganzen Wochen sprechen immer und immer wieder von Abschlüssen, von Loslassen und so weiter und so fort, ne. Und das scheint nächste Woche auch wieder ein Thema zu sein. Aber das Ganze, das ist ja natürlich auch ein Prozess. Das ist nicht unbedingt immer von jetzt auf gleich geschehen, ja. Es muss erst immer so ein bisschen innerlich sein, oder es muss sich erst im Inneren zeigen, oder du musst erst im Inneren sagen, okay, ja, jetzt lasse ich los, bevor sich das alles im Außen auch zeigen kann, weißt du? Okay, was kommt noch nächste Woche? Weitere Einsichten bitte für die kommende Woche. Ja, also hier Vorsicht auf jeden Fall vor ein Ungleichgewicht. Das nehme ich hier wahr. Einige von euch, ihr könntet euch möglicherweise relativ unausgeglichen fühlen. Vor allem möglicherweise auch gefühlstechnisch, oder allgemein auch vielleicht beruflich, finanziell. Balance ist hier ebenfalls auch ganz, ganz, ja, ist auch sehr, sehr notwendig, ne. Okay, was kommt noch nächste Woche? Bitte weitere Botschaften, weitere Energien für die kommende Woche. Was kommt also noch? Der 30. Oktober bis 15. November nächste Woche. Was kommt denn dann noch? Was kommt nächste Woche noch? Zwei Karten bitte. Huch, okay. Die kam jetzt unverhofft. Also, ja, ich sag ja, irgendetwas Unverhofftes geschieht nächste Woche. Das sieht man ja auch mit dem doppelten Turm hier, ne. So, es geht weiter. Noch eine Karte bitte für die kommende Woche. 30. Oktober bis 15. November. Eine Karte bitte noch für die kommende Woche. Okay, es wird auch noch eine. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, was mir hier gerade kommt, einiges darf in deinem Leben einer Prüfung unterzogen werden. Wie zum Beispiel, ja, du weißt, wie ich schon gesagt habe, wie du dein Geld verdienst, was für Beziehungen du hast. Also, ich habe das Gefühl, irgendetwas wird nächste Woche auch geprüft oder du prüfst nächste Woche irgendetwas. Ja, wie so eine Bestandsaufnahme oder so eine Inventur quasi, ne. Also, so nehme ich das hier auf jeden Fall wahr. So, die Karte unten drunter für die kommende Woche, da haben wir das vierte Haus. Es scheint hier bei einigen von euch um familiäre Themen zu gehen, ne. Das vierte Haus, da geht es ja um familiäre Wurzeln, kulturelle Wurzeln, dein Zuhause, ebenfalls aber auch Frieden und Komfort, beziehungsweise auch Trost, ja. Ja, also, das vierte Haus steht sowohl für familiäre Angelegenheiten für dein Zuhause, aber es steht ebenfalls aber auch für das Vertraute und auch deine Komfortzone. Und wir haben hier als Grundenergie, als starke Energie in der nächsten Woche den Turm. Und der Turm, der schüttelt auf jeden Fall so einiges auf, ne, wo es also in gewisser Weise auch darum geht, entweder aus deiner Komfortzone herauszukommen, wo du immer mehr aus deiner Komfortzone herauskommst. Und oder kann es auch lediglich bedeuten, dass du nächste Woche, ja, dass du dich befreist, Turm, ne, Befreiung, dass du dich befreist von irgendwelchen familiären Ahnenthemen, ja. Also, diese Wunden, dieser Schmerz, der sich hier zeigen könnte, das kann zu tun haben mit dem Thema Familie oder deine Eltern, ja. Das kann sich hier für einige von euch nächste Woche auf jeden Fall bemerkbar machen. Es geht auf jeden Fall, also was ich hier schon spüre, ja, das zum einen, aber wie ich eben schon gesagt habe, habe ich eher das Gefühl bei vielen von euch, dass es darum geht, sich von, ja, rauszugehen aus der Komfortzone. Ja, du hast bisher oder ihr habt bisher ein Leben gelebt oder gewisse Routinen entwickelt und das geht nicht mehr. Das funktioniert alles nicht mehr, ja. Ja, und deswegen wirst du quasi darauf jetzt vorbereitet, ja, du wirst vorbereitet auf große Veränderungen, auf etwas Neues, ne, auf eine neue Richtung sozusagen. Und wenn du etwas Neues in deinem Leben haben möchtest, etwas Neues beginnen möchtest, dann kannst du nicht mehr so weitermachen, wie du bisher weitergemacht hast, ja. Ja, und das ist das, was sich hier auf jeden Fall zeigt. Einiges wird also, ja, abgeschakt, also aufgeschüttelt, ne. Die Energien werden aufgeschüttelt und das ist das, oder du wirst auch so ein kleines bisschen wachgerüttelt, ne. Und das dient dir im Prinzip, ne, auch wenn es erstmal recht anstrengend ist, aber im Prinzip ist das, was da geschieht, dir schon dienlich, ne, dieser Befreiung stark, sage ich mal. Okay, was haben wir hier? Das ist Neptun. Bei Neptun geht es natürlich um Visionen. Neptun ist eine Energie, ja, da geht es um Spiritualität, es ist das Innere, das Unterbewusstsein. Es geht in gewisser Weise auch um Heilung, ja. Also, ja, Neptun ist auch immer so eine Energie, wo man Dinge nicht so richtig einschätzen kann, wie sie wirklich sind. Auch oftmals geht es da um, naja, das kann eine realitätsfremde Energie sein, ne. Ja, etwas ist nicht so ganz klar, etwas wird nicht so richtig eingeschätzt, ja. Aber lediglich kann es auch bedeuten, dass es dabei natürlich um deine Träume geht. Dann habe ich das Gefühl mit dem Turm, dass die Karten, die hier sagen möchten, wenn du deine, es geht darum, wirklich nun etwas dafür zu tun, für deine Träume, ins Tun zu kommen, ja. Also kann es auch bedeuten, dass du hier wachgerüttelt wirst und dass man dir quasi mitteilen möchte, hey, wenn du dieses oder jenes erreichen möchtest, darf dieses oder jenes getan werden, darfst du dich von dieses oder jenem lösen, ne. Das ist das, was hier irgendwo natürlich auch damit gemeint ist. Was haben wir hier? Cancer, das ist der Krebs. Es geht hier auch wieder um das Nähren, Komfort und Schutz. Und Krebs herrscht hier über das vierte Haus, ja. Ja, also wenn du es nicht durch Zufall nächste Woche mit einem Krebs zu tun hast oder du selber Krebsanteile hast, wie zum Beispiel bist du Sternzeichenkrebs oder du hast Mondaszindern im Krebs, dann geht es hier eindeutig um die Energie. Und bei Krebs geht es hier auf jeden Fall um sehr, sehr tiefe Emotionen, ja. Also wo ich wirklich das Gefühl habe, gerade jetzt auch nochmal mit Neptun, dass hier auf jeden Fall tiefe Gefühle geheilt werden. Auch tiefe Gefühle, die in deinem Unterbewusstsein verankert waren, die du auch eventuell verdrängt hast. All das kommt ja mit dem Turm nach oben. Und ja, ich muss es sagen, tut noch einmal weh. Ich sage dir das nicht, um dich runterzuziehen. Ich sage dir lediglich, pass auf, guck mal, da zeigt sich noch etwas. Da möchte etwas gelebt werden, damit du nun auch dich davon ein für alle Mal lösen kannst. Weil etwas Besseres und Schöneres einfach für dich vorgesehen ist. Aber auch hier geht es natürlich wieder darum, ja, ebenfalls auch gut für sich selbst zu sorgen. Weil sowohl die Krebsenergie als auch die Königin der Kirche, da geht es eindeutig darum, sich ebenfalls auch um die eigenen Bedürfnisse oder auch emotionalen Bedürfnisse zu kümmern. Nicht immer nur zu sehr um die anderen, auch um dich selbst, ihr Lieben. Ich würde jetzt beinahe sagen, zu dir lieber Krebs. Also ja, egal was du jetzt für ein Sternzeichen bist. Wenn diese Legung zu 1000% stimmig ist, dann ist es egal, was für ein Sternzeichen du bist. Okay, was haben wir hier für dich? Ja, Hammer. Das ist der Mond. Der Mond herrscht über Krebs und ebenfalls auch über das vierte Haus. Es geht hier um Stimmungen. Es geht auch hier wieder darum, deine emotionalen Bedürfnisse zufriedenzustellen und um dich selbst zu kümmern, dich zu nähren. Vielleicht auch andere, ja, das kann sein. Aber vor allem auch, ja, dich selbst. Vor allem, wenn du hier durch sehr, sehr emotionale Erfahrungen gerade gehst oder durch sehr, sehr, ja, wenn du gerade harte Zeiten durchmachst, auf Deutsch gesagt, dann ist es für dich umso wichtiger, kümmere dich wirklich gut um dich. Weil das wirst du brauchen nächste Woche, ja. Auch hier sieht man auf jeden Fall Stimmung, Schwankungen, weil der Mond ist auch immer so eine, kann eine relativ launische Energie sein. Und das sieht man hier ebenfalls auch mit den zweiten Münzen. Weil das ist auch eine Energie, wo es in gewisser Weise ums Schwanken geht. Das ist so ein Wankelmut. Etwas ist relativ instabil. Also die Emotionen nächste Woche bei einigen von euch könnten relativ instabil sein. Deswegen sagen die Karten hier, hey, die Zeit ist gekommen, um dich gut um dich zu kümmern, ja. Alles wird genau dann kommen, wenn es kommen soll. Um das Äußere brauchst du dich jetzt also erstmal überhaupt nicht kümmern, ja. Trotzdem wird es hier einen Befreiungsschlag geben. Daran möchte ich dich ganz gerne erinnern, ja. Auch wenn wir jetzt hier nächste Woche sehr, sehr gefühlvolle Energien haben, kommt es hier auf jeden Fall auch zu Befreiungen, ja. Gefühle, Emotionen werden hier also freigesetzt, ja. Das ist auf jeden Fall das, was man sehen kann. Einige von euch, ihr habt hier auf jeden Fall auch ein Mutterthema bei der Mond- oder beziehungsweise auch Krebsenergie. Das ist auch immer so dieses Mutterthema, ne. Oder wo es auch um das göttliche Weibliche geht. Heilung eines Mutterthemas, das ist auf jeden Fall das, was man hier sehen kann, ne. Oder allgemein kann es auch ein Elternthema sein, ne. Es muss nicht unbedingt die Mutter sein, es kann auch, ja, ein Faserthema sein. Oder vielleicht auch Großmutter, Schwester, ne. Trotzdem, ich wiederhole mich. Hier wird etwas abgeschlossen. Du bist dabei, etwas wirklich abzuschließen. Emotional mit etwas oder auch mit jemandem abzuschließen, das sieht man hier ganz eindeutig. Ja, es kommt zu Erkenntnissen. Das schleudert die Illusion, da bleibt hier auf jeden Fall nicht lange aufrecht. Ja, Neptun ist auch die Energie von Illusionen. Ja, sowohl Neptun als auch der Mond sind Energien, wo man Dinge nicht richtig einschätzen kann. Ja, also etwas, was du vorher nicht richtig gesehen hast, was du nicht richtig einschätzen konntest, da kommt nächste Woche die Klarheit mit dem Turm. Ja, oder vielleicht hast du auch in Bezug auf etwas oder jemanden die rosa-rote Brille aufgehabt. Dann wirst du auf jeden Fall hier eines Besseren belehrt. Ja. Also, was kommt noch nächste Woche? Was sind noch die Energien der nächsten Woche? 30. Oktober bis 5. November nächste Woche. Was kommt in der kommenden Woche noch auf das Kollektiv zu? Der 30. Oktober bis 5. November nächste Woche. Ja, der Mond, also jetzt die Mondfinstern, das hat auf jeden Fall noch Einfluss. Auch noch nächste Woche, das sieht man hier eindeutig. Ok, weitere Botschaften bitte. Und einige von euch, ihr seid nächste Woche wirklich sehr, sehr nah am Wasser gebaut. Lass es hier aber auf jeden Fall raus. Weil dann kann wirklich der Abschluss und auch wirklich die Heilung geschehen. Wenn du fühlst, was hier gefühlt werden muss oder möchte. Ja, was kommt noch nächste Woche? Bitte weitere Botschaften. Was kommt nächste Woche auf das Kollektiv zu? 30. Oktober bis 5. November. Nummer 1. 30. Oktober bis 5. November nächste Woche. Was kommt noch? So, noch eine bitte. Noch eine Karte für die kommende Woche für das Kollektiv. Eine Karte bitte noch für das Kollektiv. In der nächsten Woche. 30. Oktober bis 5. November nächste Woche. Ja, wenn ich es laut ausspreche, dann kommen die Karten. Alles klar. So, unten drunter folgende Energie für die kommende Woche. Ja, guck mal. Auch süß. Das süße Kätzchen hier. Ja, verspät halt. Es geht ja darum, dass du nächste Woche auch wieder, ja, dich daran erinnern darfst, dass du auch hin und wieder, trotz dieser ganzen Ereignisse, auch wieder Spaß haben darfst, ja. Natürlich zeigen sich jetzt hier relativ schwierige Energien. Das heißt aber nicht, dass die ganze Woche so wird, ja. Das wird wahrscheinlich nochmal ein großes Thema werden, sei es zum Beispiel ein, zwei Tage oder vielleicht auch drei, aber dann ist auch wieder gut, ja. Etwas kommt ja sehr schnell, aber geht ebenfalls aber auch relativ schnell wieder weg, ne. Sofern du natürlich da dementsprechend deine Arbeit machst und so weiter, ne. Also, hier sehen wir auf jeden Fall wieder eine verspielte Energie, wo ich wiederum das Gefühl habe, ja, deine Sorglosigkeit, deine Verspieltheit, deine Gelassenheit, in gewisser Weise kommt hier auf jeden Fall natürlich auch wiederum zurück. Ja, schön. So, lass mal schauen. Was haben wir hier? Warte mal. Wieder gerade bitte das Ganze. Wieder gerade. So, okay. Jetzt haben wir hier die Karte Meditation. Meditation wird dir nächste Woche auf jeden Fall helfen, um gelassener zu werden, ja. Das wird dir auf jeden Fall helfen oder vielleicht auch irgendwelche anderen Übungen oder andere Praktiken, ja. Die können dich nächste Woche auf jeden Fall wieder beruhigen und dass du ebenfalls aber auch wieder gelassener wirst, ja. Es muss nicht unbedingt Meditation sein, wenn du sagst, das ist überhaupt nichts für mich, dann findest du vielleicht irgendetwas anderes, wo du wieder ruhiger wirst, wo du wieder bei dir selber ankommst, ne. Wie zum Beispiel durch einen tollen Langspaziergang in der Natur, ganz alleine oder indem du einfach auch mal nichts tust, einfach entspannst und sehr, sehr tolle Musik hörst zum Beispiel, ja. Also Meditation für viele von euch, wenn das etwas für euch ist, kann dir auf jeden Fall wirklich helfen in deiner Situation, aber ebenfalls auch wieder um dich und auch deine Gedanken wieder zu beruhigen, ja. Was haben wir hier? Loyalität. Okay, 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 okay. Das Thema Loyalität in gewisser Weise spielt hier also eine Rolle. Du darfst einfach mal überprüfen. Erstens, ob du allgemein loyal dir selbst gegenüber bist, aber auch, ich hab dir gesagt, also einige von euch, ihr werdet nächste Woche einiges in eurem Leben einer Prüfung unterziehen, was auch mit dem Thema Treue und auch Loyalität zu tun hat, ne. Vielleicht merkst du, okay, es gibt da Menschen in meinem Umfeld, die sind mir gegenüber nicht wirklich loyal, nicht wirklich echt, ja. Dann kann es auch sein, dass da die Karten sagen, okay, da geht es darum, sich davon zu befreien, sich von allem zu befreien, was dem hier widerspricht, ne. Natürlich geht es auch darum, sich selber gegenüber treu zu bleiben, sich selber gegenüber loyal zu sein, zu sich selber zu stehen ebenfalls auch, ne. Also geht es hier in gewisser Weise auch um den Selbstwert. Was haben wir hier? Belonging. Das ist die Zugehörigkeit. Passt also auch ganz gut hier zur Welt. Ja, also was ich hier auf jeden Fall sehe, einige von euch, ihr werdet nun immer und immer loyaler zu euch selbst werden, ne. Ihr bleibt euch oder es wird alles auf jeden Fall darauf hinauslaufen, dass du dir selber gegenüber wirklich treu bleibst, dass du bei dir bleibst, dass du authentisch bist, ne. Weil ich spüre hier mit dieser Energie ebenfalls auch so eine, ja, eine Originalität, deine Individualität ist ja auf jeden Fall auch angesprochen, ja. Und dadurch, dass du jetzt ebenfalls aber auch beginnst, dir selber gegenüber treu zu bleiben, dir selber gegenüber loyal zu bleiben, ziehst du automatisch erstens Menschen an und auch Ereignisse im Außen an, die auch wirklich zu dir gehören, die dir genau das widerspiegeln, ja. Ja, es muss erst immer alles im Inneren stattfinden, bevor sich das alles im Außen zeigen kann, natürlich, ne. Aber hier sehen wir auf jeden Fall auch so dieses Gefühl von Zugehörigkeit, dieses Gefühl von, okay, ich komme an. Und hier, Königin der Kelche, die hier in die Welt schaut, habe ich also wiederum wirklich den Eindruck, dass es darum geht, die fängt hier oder du fängst jetzt hier in dem Fall wieder an, dich mehr zu spüren, ja. Du spürst dich, deine Emotionen, den eventuellen Schmerz, der sich hier zeigt, nicht nur eventuell, der zeigt sich hier auf jeden Fall. Und das sagt auf jeden Fall in gewisser Weise schon dafür, dass du wieder bei dir ankommst, ja. Weil hier etwas rausgelassen wird, weil hier etwas freigesetzt wird, ne. Das sagt dafür, dass du wieder bei dir ankommst. Sehr schön. So, ihr Lieben, wir sind jetzt quasi fast am Ende und jetzt zum Abschluss gibt es noch ein Krafttier für die nächste Woche und da mache ich das so, dass ich aus dem Büchlein dir den Text vorlesen werde, weil ich finde, bei diesem Kartenbeck, der Text ist wirklich sehr, sehr tiefgreifend auch und auch sehr, sehr augenöffnend, ja. Bevor ich das mache, ihr Lieben, ihr müsst mir verzeihen, aber ich muss mal ganz, ganz kurz einen Schluck trinken und dann legen wir sofort los. Was ich hier ebenfalls auch spüre, Streitigkeiten können nächste Woche auch eine Rolle spielen beziehungsweise Konfrontation, Meinungsverschiedenheiten oder aber ein bisschen der Streit spielt bei dir immer noch eine gewisse Rolle, der wahrscheinlich in der Vergangenheit geschehen ist. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es dabei vielleicht auch um innere Konflikte gehen kann, wenn hier kein Gegenüber eine Rolle spielt, ja. Okay. Was sagen die Krafttiere? Was ist die Botschaft für die kommende Woche? Welches Krafttier zeigt sich für die kommende Woche? 30. Oktober bis 5. November. Welches Krafttier zeigt sich hier für die nächste Woche für das Kollektiv? Oh, die ist jetzt hier ziemlich weit weg geflogen. Ich sehe sie auch schon. Die ist ziemlich schön und süß. Denn wir haben den Fuchs mit der Selbsterkenntnis. Du erkennst dich selbst nächste Woche. Bevor ich jetzt hier vorlese, möchte ich dir ganz gerne sagen, was ich hier spüre. Also, es geht hier um gewisse Selbsterkenntnisse. Du erkennst, in welchem Bereich deines Lebens du dir gegenüber nicht treu und loyal gewesen bist. Allgemein kann man sagen, du erkennst etwas in dir, damit es dann losgelassen werden kann. Möglicherweise irgendwelche Glaubenssätze oder Glaubenssätze, die nicht mehr mit dir in Resonanz gehen. Füchse stehen oder sind generell wirklich Überlebenskünstler. Sie haben einen guten Riecher für die Dinge, sage ich mal, aber ebenfalls aber auch für Menschen. Also folgendes. Genau. Weitere Botschaft, die ich hier wirklich wahrnehme, ist, viele von euch, also du hier mit dieser Legung, du hast auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Riecher, was Menschen angeht. Einige von euch hier auf jeden Fall, ihr habt eine sehr, sehr gute Menschenkenntnis. Ihr habt oder ihr könnt die wahren Motive der Menschen erkennen. Das gilt vor allem für die Menschen unter euch, die so Fox-Eyes haben. Fox-Eyes oder Hunter-Eyes. Ja, also Fuchs-Augen so ein bisschen und ebenfalls, ich spiele die Fliege jetzt hier, okay. Oder ebenfalls aber auch Hunter-Eyes, also Jäger-Augen. Die Form, ne. Solltest du solche Augen, so eine Augenform haben, dann gehörst du auf jeden Fall zu den Menschen, die sehr, sehr gut und auch relativ leicht und auch sehr leicht die wahren Motive der Menschen erkennen können. Kannst du von mir jetzt gerne mal googeln, wie das aussieht, wenn du Lust hast. Aber das ist auf jeden Fall das, was ich hier sehe. Generell, wenn sich Füchse hier auf jeden Fall zeigen, nächste Woche bei dir oder auch allgemein, dann, ähm, jetzt wandert hier die Fliege ernsthaft hier auf meinen Karten rum. Ich weiß nicht, wo die herkommt. Wahrscheinlich von meinen Blumen, die ich jetzt hier habe. Aber wenn dir irgendwie in irgendeiner Art und Weise Füchse begegnen oder wenn sich allgemein der Fuchs hier zeigt, ist es immer ein Hinweis darauf, dass du oder dass dir gezeigt wird, wem du vertrauen kannst und wem ebenfalls auch nicht. Ja, okay. So, ihr Lieben. Jetzt lese ich dir erstmal die Bedeutung der Karte vor. Fuchs mit Selbsterkenntnis. Ich kann dir mal schauen, was jetzt drunter für eine Energie ist. Das ist der Esel mit Eigenwilligkeit. Dazu komme ich aber gleich. So, der Fuchs. Schauen wir doch mal. Fuchs? Nee, einst so weiter, glaube ich. Genau. Also, das ist ein bisschen mehr Text. Also hier fängt es an und dann geht es hier weiter. Alles klar. Also, eine Enttäuschung kann jetzt überwunden werden. Alte Wunden wollen in einer Atmosphäre der Geborgenheit wahrgenommen, gepflegt und geheilt werden. Das gibt es nicht. Das ist genau das, was ich dir hier gesagt habe. Genau. Deine Selbstheilungskräfte werden aktiv. Zieh dich zurück und schmiede dein Glück abseits ausgetretener Pfade. In deinem Inneren wird ein unvergleichliches Licht geboren. Und das ist genau das, ihr Lieben, was hier wirklich nächste Woche stattfindet. Oder was auch die ganze Zeit schon begonnen hat bei euch. In den letzten Tagen oder Wochen von mir aus auch. Also, dein Licht wird hier quasi neu geboren. Weil du, weil es an der Zeit ist, dass hier etwas geführt werden darf und wahrgenommen werden soll. Ja? Okay. Jetzt nun die Erklärung der Karte. Kommt dir das bekannt vor? Du wirst nicht gesehen. Hast das Gefühl, für viele Menschen einfach Luft zu sein. Deine wahren Wünsche und Bedürfnisse werden nicht gehört. Was fehlt dir in deinem Leben. Immer auf der Suche, wo der Weg hinführen könnte. Was als nächstes kommen könnte. Rennst du geduckt hin und her. Kopierst, überlebst mehr, als das du lebst. Und versuchst, irgendwie ein Stück vom Großen und Ganzen zu bekommen. Der Fuchs führt dich zum Spiegel deiner Seele. Sei zufrieden mit dem, was du jetzt hast. Du bist versorgt. Schau nicht nach anderen. Miss und vergleiche dich nicht mit ihnen. Du bist einzigartig. Wunderbar. Unverkennbar. Und hast eine ganz eigene Bestimmung. Richte dich in dir aus. Höre dir selbst zu. Und gib dir das, was du jetzt brauchst. Und dir immer gewünscht hast. Das ist genau das, was ich dir auch gesagt habe. Echt krass, wie sich das Ganze hier quasi wiederholt. Also. Im Fuchsbau, in der Höhle, im Rückzug, in deinem Inneren. Wird das Licht der Selbsterkenntnis geboren. Hier findest du die Geborgenheit. Die Kraft, die Antwort und die Quelle in dir. Und deine eigene. Und deine. Warte mal. Und dein ureigene, unvergleichliche Energie kann sich entfalten. Alte Wunden und Enttäuschungen können in Ruhe angeschaut und geheilt werden. Du beginnst, deines Glückes Schmied zu werden. Das ist richtig krass, ihr Lieben. Und das ist genau das, was die Tarotkarten und was die Astrologiekarten ebenfalls auch schon gesagt haben. Also hier wird auf jeden Fall etwas aktiviert. Ebenfalls aber auch deine Selbstheilungskräfte. Ja. Also das ist schon richtig krass, was nächste Woche geschieht. Ja. Also richtig heftig. So. Okay. Jetzt der Esel mit der Eigenwilligkeit. Da zeigt sich er im Prinzip auch. Also werde ich dir jetzt nochmal ganz, ganz kurz vorlesen, was denn der Esel Schönes zu sagen hat nächste Woche. So. Esel Eigenwilligkeit. Du erhältst die Chance, Altes loszulassen und deinem eigenen Weg instinktsicher zu folgen. Dein Vorhaben wird anders laufen als geplant. Dabei wird es jedoch von höheren Kräften liebevoll zum Wohle aller und in Weisheit geleitet. Nicht zu bekommen, was man möchte, kann großes Glück bedeuten. Lasse los. Gib dich hin und vertraue. Die Weisheit und die Gnade des Göttlichen sind mit dir. Ja. Auch wenn einiges nicht so verläuft, wie du es ganz gerne hättest. Dahinter steckt ein Plan. Ablehnung ist der Schutz Gottes, ihr Lieben. Ja. So. Jetzt nun die Erklärung. So. Der Esel stellt sich quer, hat seinen eigenen Kopf und geht seinen eigenen Weg. Auf närrische Weise spiegelt er dir damit dein momentisches Verhalten. Er will dich aufmerksam machen auf dein Festhalten an Dingen, welche dir selbst schaden könnten. Du ahnst es, möchtest es aber nicht wahrhaben. Guck mal, der Turm. Der Turm sagt dir ja im Prinzip, dass man sich hier von etwas befreien darf. Und was ist das? Ja. Es kann durchaus sein, dass du irgendetwas eigenwillig immer bekommen wolltest. Und das hier darf auf jeden Fall, davon darf man sich hier lösen. Ja. Okay. Wenn die Dinger nicht so laufen wie geplant, so kann das einen Grund haben, den wir vielleicht aus unserer menschlichen Perspektive erst einmal nicht erkennen können. Vielleicht wollen wir unbedingt Tickets für die Titanic in Anführungszeichen, weil es unser großer Traum ist, mit diesem Schiff zu fahren. Doch dies wird uns vom Schicksal verwehrt. Ständig geht etwas schief oder es kommt etwas dazwischen. Im Moment fühlen wir uns benachteiligt, sind wütend und traurig. Doch irgendwann werden wir verstehen, welches Glück wir gehabt haben. Das zeigt sich hier ebenfalls auch. Also. Halte inne, schaue in die klugen Augen des Esels und erkenne den weißen Rat, den er dir bringen möchte. Eine Sache unbedingt durchsetzen zu wollen, kann Unglück hervorrufen. Wenn wir nicht die Führung und Fügung des Schicksals hören, den leisen Bedenken in uns nicht nachgehen und sie nicht prüfen. Lasse jetzt los und vertraue auf die göttliche Führung. Nimm die ungewöhnlichen für dich erst einmal umständlichen und ungewollten Wege. Sei zuversichtlich, du hast einen Grund zur Zuversicht. Genau. Du hast einen Grund. Auf jeden Fall zur Zuversicht. Auch wenn sich erst einmal nicht alles so ereignet, wie wir uns das ganz gerne vorstellen. Ja. Ihr Lieben. Ich danke euch ganz, ganz doll fürs Zusehen. Und wenn dir das Video gefallen hat, ich würde mich auf jeden Fall über ein Like und ein Abo freuen. Also ihr Lieben. Habt eine schöne Woche. Und bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Bis dann. Tschüss.